Ja, ihr fragt euch, ob mit dem Blitzlicht auch die Serienbildfunktion der Sony Alpha 7 funktioniert. Und genau das probieren wir jetzt einmal aus. Wir sind hier im Happy-Modus auf Auto und schauen uns einmal hier die Funktion an. Gehen von Einzelaufnahme auf Serienaufnahme und aktivieren hier auch den Blitzmodus auf Aufhellblitz. Und nun geht es los. Wir probieren es. Ich glaube, das Ergebnis ist einwandfrei und zweifellos. Natürlich, das funktioniert. Ausgezeichnete Zusammenarbeit hier von der Kamera und dem Blitzgerät für wunderbare Ergebnisse. Vielen Dank.